Hey! Hallo! Wie siehst du denn aus? Ich seh gut aus. Egal! Ich hab's gesehen, ich hab auf die Kamera geguckt. So viel Angst wollte ich vor dem Spiel eigentlich nicht haben. Wir sind zurück bei Amnesia. Martin spielt und Martin schmeißt am besten erstmal eine Kiste auf diese Glasscheibe. Sofort! So geht's doch auch. Du bist jetzt schon wieder viel zu hektisch. Aus Prinzip? Oh, das sah jetzt aber grad cool aus. Du hast im Kindergarten auch immer so den dreieckigen in das dreieckige Loch reingetrügelt, oder? Die dreieckigen ins dreieckige Loch. Riesige Folklore, ich zitiere. Altstadt und Schloss Brennenburg. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörrchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervoll malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet. Und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allem wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des 30-jährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihr Wesen veränderte sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als gräuliche Wiedergänger. Slendermänner. Ja, oder die Typen aus Sleeping Dogs Addon. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören, in feuchten Leinensäcken, die die Sammler hinter sich herziehen und ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Oh, wie viel ist denn das? Ich glaube, wir lesen mal nicht alles voll. Ich würde es aber ganz gerne vorlesen, ehrlich gesagt. Ne? Ja doch, dann doch. Na gut. Doch, dann schon. Wenn schon, dann schon. Lass uns ganz kurz gucken, wie viel noch kommt. Na komm. Das schaffen wir noch. Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Es heißt, er starb etwa zehn Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besuchte und was ist ihm zugestoßen? Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brennenburg lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meisten adelig Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wiedererrichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehengenuss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während der Zeit der Besatzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Das war jetzt mal ein bisschen Folklore. Also wir sind wohl in Ostpreußen im Schloss Brennenburg und es gibt komische Sammlerwiedergänger und es gibt komische Forscher, die abstreiten, dass sie hier mal gewesen sind. Und es gibt die mysteriöse Geschichte des Pflanzenrechts, steht hier, der Familie Brennenburg. Schwierig. Das Städtchen Altstadt oder das Dörfchen Altstadt ist in der Nähe anscheinend. Und hier ist eine Tür. Warte mal, schau doch mal nach rechts rum bitte. Abgeschlossen. Hinter dem Regal kommt Licht raus. Vielleicht kannst du das Regal rechts von dir. Da ist doch ein Geheimgang. Mit links anfassen. Muss eine Möglichkeit geben, hineinzukommen. Mit links anfassen und dann ziehen oder schieben. Ja, ich probier's mal. Vielleicht kannst du zur Seite schieben oder du musst irgendwas durchwerfen. Ich kriege gerade keine Hand. Hier kann ich drücken. Also gerade hat es aber eine auf der anderen Seite. Hm. Also hier kriege ich irgendwo Hand. Ich glaub die Hand. Oder es gibt irgendwo ein... Ah, schau mal bei den Büchern. Normalerweise musst du doch immer an dem Buch ziehen, bis dann das rausgeht, oder? Das ist nicht. Das ist alles pflanzdrechte. Das ist wie bei Ikea. Also Pappbücher, die... Immer alles raus. Da muss schlecht eine Attrappe sind. Ah, siehste. Warte mal. Schau mal nach unten links. Das ist auf jeden Fall... Das sind so Schleifspuren. Ja. Das muss nach links geschoben oder gezogen werden. Aber ich meine... Aber ich krieg's nicht so fast. Ah, schau mal nach rechts bitte. Da, ich stell mich grad noch mal hier hin. Ja. Da rechts, rechts, rechts. Bei den Büchern. Anderes Bücherregal. Ah, das helle Buch. Das helle Buch. Ja. Ja. Ah, man muss Meere ziehen. Das ist das Rätsel, was er vorhin erzählt hat. Ah, richtig. Man muss auf das Geräusch achten, was jetzt von den Büchern gemacht wird. Es sind mehrere wahrscheinlich. Da ist noch ein helles. Mal gucken, welches. Zwei. Da ist keins. Da ist noch eins. Drei. Reicht immer noch nicht. Ich glaub, die Reihenfolge zählt dann tatsächlich. Oh, hier muss ich vielleicht auch schnell genug machen. Jetzt. Aha. Geheimzimmer. Hier könnten wir wahrscheinlich Feuer anlachen mit der Zünderbüchse. Ja. Aber so dunkel ist er hier zum Glück nicht. Da ist der Schlüssel. Ha. Ja. Wow. Da bewegt er sich auch gleich so ganz langsam. Das ist eklig. Schau doch mal in die Schubläden. Ja. Schreibunterlage. Das wäre irgendwie richtig. Schreibunterlage. Mal umdrehen. Nee. Schule hingestellt. Oh. Notiz. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschungen lange genug gefährdet und mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Hä? Okay. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brennenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Aha. Menschliche Gefäße. Da hat er irgendwelche Gefangenen anscheinend, oder? Wahrscheinlich. Die sind die Männer des Königs. Entweder verhungern sie. Und der Wilhelm, das ist doch der, den er engagiert hat, der Alexander von Brennenburg. Ja. Auf drei Jahre. Damit er irgendwelche komischen Experimente anscheinend da macht. Was auch immer genau. Vielleicht hängt jetzt auch mit dieser Legende zusammen von diesen Soldaten, die angeblich nach dem 30-jährigen Krieg da noch rumeiern. Das war ein ganz schöner Scheißkrieg übrigens. Ja. Das stimmt. Da widerspricht dir gar nicht keiner. Also nicht im Gegensatz zu geileren Kriegen, die es natürlich nicht gibt. Aber das war schon ganz schön. Da ging es ihnen schon ganz schön schlecht den Leuten. Ja, da ging es aber ungefähr allen ganz schön schlecht. Und vor allem ganz schön lang. 27 Jahre lang. Naja, schon fast noch ein bisschen länger. Hier war nichts mehr? Nee, ich meine, jetzt wo wir den Weinkeller-Schüssel haben, hätten wir dieses ganze... Ich guck mich nochmal um. Der Sack hat einer Pst hinter dir. Hm? Nee. Das klang nur so. Hier geht es auch so rüber, oder? Hier links durch den Kartenraum, genau. Nee, hä? Hä? Geht es denn hier raus? Wir kamen... Wir kommen doch von rechts auf das Klavier zu, oder nicht? Wir kamen von hier, ja. Da ist aber alles eingestürzt inzwischen. Kann man hier irgendwie rüber? Nee, hä? Nee. Wir kamen doch von rechts, wir kamen doch von hier, oder nicht? Ja, das ist aber eingestürzt. Da müssen wir woanders jetzt raus. Ach, warum das denn? Ich mag sowas nicht. Hier rechts vielleicht? Da war nichts mehr, oder? Nee, da war ja nichts mehr. Sicher? Ach, es war doch in dem Raum, wo der Geheimgang war, war doch noch eine Tür. Ja, ja. Die war auch verschlossen. Ja, aber... Wir haben den Schlüssel für den Keller, für den Weinkeller, meinst du, der passt da? Schau' mal. Bist du sicher, dass du versucht hast, die aufzumachen? Da ist aber jetzt offen. Ja, die ist offen, alleine. Ahaha. Ahaha. Oh, 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 oh. Ich mach mal hier ne Lampe an, oder? Die hier. Ja. Einfach linker Maust, genau. Na toll. Ja, das passt schon. Schau' mal in die Schuble hin. Ja, aber hier ist es auch schon dunkel. Nix. Ja, guck, das reicht ihm nämlich schon. Ich hasse auch dieses Schmatzgeräusche, die ist nicht gut. Das ist jetzt hier der große... Ah! Wow. Warum fängt jetzt er bei mir an, komisch zu werden? Oh, oh. Oh, oh, was war das denn? Also den kennen wir ja schon, den Raum. Warte mal, hier ist... Jetzt knistert das auch so Slendermäßig. Da geht nix. Libri, WT, Res, da ist auch nix. Oh, oh. Okay, ich darf nicht so lange rumzappeln mit dem... Du solltest eh viel, viel weniger rumzappeln mit ungefähr allem. Ja, aber auch... Mach mal Licht hier an. Hier kommt grad Musik. Ups. Soll ich die Lichter noch hier wieder raus eh? Das muss doch für den Raum einen Grund geben. Aber wo die Musik gerade herkommt, das war im... Beim Klavier? Vielleicht in dem großen Raum. Ich glaub, ich hab hier alles erforscht jetzt. Geh doch nochmal in den Hauptgang, da in diesen herrschaftlichen Saal. Nicht so hektisch. Ja, bei mir wird's aber auch gleich wieder fies. Jetzt bildest du dir alles ein. Ist alles nur in deinem Kopf. Ja, hier ist... Da geht's ja zurück. Da rechts hier hinten. Genau. Da geht's ja zurück. Das ist doch gut. Jetzt kannst du auch deine Laterne ausmachen. Und da hinten... Ich sprint mal zwischendurch ins Licht. Oh, oh. Nur die Ruhe. Hier hörst du das nicht. Nur die Ruhe. Hier geht's zurück nach rechts, oder? Links. Links? Da lang? Ne, da rechts. Da geht's raus. Okay. Genau. Oh, ganz schön unangenehm. Ei, ei, ei. Die Statuen beteten und starten an die dunkle gewölbte Decke. Na, danke. Ah! Wow! Boah! Ah, ne, hier ist es falsch. Hier geht's gar nicht zum Weinkeller. Äh, das ist denn hier los. Schnell weg, schnell weg. Bäh. Okay, es fängt langsam an. Danke. Ich dachte schon... Der Anfang ist ja übrigens jetzt relativ entspannt gewesen. Aber ich glaube jetzt... Das kenne ich jetzt übrigens auch alles schon nicht. Also ich habe irgendwie... Ich habe viel früher aufgehört. Ja, jetzt hängt das spannende Teil erst an. Ja, hoffentlich. Ja, da geht's zum Weinkeller. Haben wir jetzt den Schlüssel endlich für den Weinkeller? Können da reinschauen. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Oh, ich glaube ein paar Minuten haben wir schon noch. Ja? Ja. Darf ich noch ein bisschen? Also sonst müssen wir mal reingehen. Ich wollte gerne erst ein bisschen Pause machen, bevor ich in den Weinkeller gehe. Aber na gut. Da ist er bestimmt überhaupt nicht gruselig. Achso, jetzt muss ich den noch da rausnehmen oder was? Vielleicht Doppelklick oder so. Ah ja. Yeah, yeah, yeah. Wir sind fertig, sagte der Mann. Das Grab war freigelegt. Tin Hinan erwartet uns, grinste der zahnlose Arbeiter. Tin Hinan ist wohl der Dämon oder sowas, oder? Er hat das ja Mutter von allem genannt. So eine Göttin oder Dämonin zu sein in Algerien. Zumindest laut der Geschichte hier. Brauchst du die Laterne gerade? Nee, ne? Eigentlich schon. Vielleicht gibt's irgendwo eine Kerze oder sowas. Wie sieht's eigentlich aus mit... Sind wir noch ganz gut ausgestattet? Wie ist dein geistiger Zustand so? Kopf drinnen und Hände zitternd, ja. Ganz normal. Das ist aber nicht alles. Ja. Wochenende halt, ne? Ja. 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 Da ist hier ne Karte an der Wand. Das hat er von dem Kellergewölbe. Ja. Der Computer merkt auch gerade, dass der Speicherplatz fast weg ist. Ich glaube, jetzt machen wir jetzt die Pause. In der nächsten Folge gründen wir mal den ganzen Weinkeller hier. Und gucken, was aus den Leuten geworden ist, die eingesperrt werden. Der könnte uns jetzt auch gar nicht mehr sehen bestimmt. Ich mach Fax. He he. Möglicherweise. Naja. Ähm. Ansonsten, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.